und sie sind und dann bekommen wir hier zu wie hier auf meine wunderschönen kanal WTF Alter bin ich gerade schon ich habe gerade Gänsehaut bekommen ihr müsst euch gerade vorstellen ich bin nebenbei beim schneiden und damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet das ist so extrem leckt ja es liegt das weiß ich nicht ob man das merkt ich irgendwie gerne erfährst dann sage ich mir gerade eben aber wir haben das wochenende und es wird auf einem season geben die bis zum tod gehen wortwörtlich bis zum tod na der baum ist gut wir haben wieder hier ein paar bäume fällen vielleicht die nächsten räume noch weiter mit holz aufs leiden das werden wir machen damit mal was anders machen und ja ich habe jetzt schon landwirtschaft aufgenommen der port ist 60 minuten 17 minuten und wie so lang gewesen keine ahnung der renner gerade und das bei 70 prozent also man kann rechnen dass er jetzt bei einer folgung war fertig wird oder er denkt sich nähe lassen wir den mal der typ der kann mich mal man sieht auch auf der map ist der 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 berg ist gut abgetragen bisher wenn aber jetzt auch in nächster zeit wenn man mal ein fill abbauen müssen und irgendwas womit mal den füller bestücken können weil das ist eigentlich immer noch meine größte zeuge dass man für nicht bestücken können weil kabel sohn ist uns eigentlich wichtig das ist eigentlich so gut wie alles wichtig und recht schnell arbeiten tut er ja auch wir haben extrem viel holzkohle wir sind gerade mal hier eigentlich sparen wir auch schon zeug da wir hier gerade aus aber werden auch lücken und alles hier zwischendurch vielleicht sogar eine spalte es kostet uns extrem viel zeug ich weiß echt nicht was wir machen vielleicht tun wir auch hier dieses zwischenteil einfach nur weg und haben wir so einen graben ringsherum ich weiß es nicht vielleicht fällt euch ja was ein was man machen könnte aber ich nehme mir erst mal noch mal den den kabel studie mit und erst mal was ist mit ja ich habe brot mit weil ich kann ich nicht schiss essen alt da wir für steigen hier reinkommen wir haben wir alles möglich hier drinnen holz und wer soll es machen ok die chest ist schon recht voll ja ähm ich weiß gar nicht welcher part das jetzt ist wir nehmen wir jetzt in letzter zeit sehr viel auf kommen auch recht gut mit den parts voran was mich echt geil an macht eigentlich haben wir ja nun schon gut hier ich fühle mich das jetzt mit wandeln das um und mache die räume hier noch ein bisschen fertig der nicht so die drüben also an dem projekt hier hausmäßig wird sich wenig ändern vielleicht werden wir noch da noch was haben und da mein so ein bisschen nicht der typ der weiß wie man das baut ähm aber wir könnten ja auch jetzt in nächster zeit irgendwann mal ähm gucken wie man eigentlich vorgeht und alles baut ein table dazu und so könnte man ja schon mal einen raum machen ich glaube das mache ich jetzt mal so ein raum fertig ja ähm da gamescom ist ja schon lange vorbei habe ich ja auch schon hier in dem part meine meinung gesagt äh richtig nice ähm bap 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 wollte ich jetzt achso ähm rockets rocket rockets ja oh laser tool ein laser tool ein laser tool alter wie geil ist das ähm gut den könnte man sogar jetzt schon bauen haben wir jetzt eigentlich genug schon drei stück ähm ähm erde äh cola haben wir jetzt auch recht wie eigentlich brauchen wir überhaupt kein viel strom hier wir haben so extrem viel kohle jetzt ähm compress die ja da braucht man schon die kohle geht das eigentlich auch mit äh charcoal weiß ich gar nicht und ich finde das hier gucken was die wir hast coal und iron das ist sogar teurer aber ich brauche mal zwei in jetzt so ähm ich probiere es mal mit charcoal ich brauche mal wir brauchen 8 12 16 ähm eisen haben wir drüben noch obwohl wir mir noch 6 das passt noch äh habe ich nie kauft hier wirklich sogar noch hier ja mein sie ich sag nichts machen wir jetzt noch weg ab 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 Und zwar ist es ein Stück. Es ist echt schön vorbei. Ja, uns fehlt Eisen. Ich werde, da muss ich gerade überlegen, wann ich fahre. Am 10. Ja, am 10. fahre ich nach Belandes. Da habe ich ja euch schon mal mitgenommen. Ich überlege gerade, ob ich euch nochmal mitnehme. So, kommt eigentlich der Kompass ein. Wir brauchen 2 Ingots für eine Platte. Das heißt, wir brauchen noch mehr Eisen, noch mal Prokohle. Nur ein Problem, gehen wir hier hinten hin, gehen wir hier in die Kiste und... Ah, haben wir ein bisschen. Also 4. Besser. Das Pistool, so. Ich habe den Pum auch nicht mehr. So, und rein damit. Äh, jetzt haben wir einen Kompressor. Inget Kompressor. Inget Kompressor. Haben wir den, die müssen wir eigentlich schon haben. Elektrisch, elektrischen gibt es auch. Aber ich glaube, der ist uns zu teuer. Kompressor. 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 Alter, wie viel Kompresszeug. Kompressor. Also... Kompressor. 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 Redstone, Redstone Oder haben wir vielleicht noch einen? Äh, vielleicht proben wir mal Advance Nee, 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 haben wir nicht Äh, War Silicone 2 Und Repeater Wollen wir einen normalen Channel oder Cleanstone? Aber so wenig Repeater Was? Ah, Stone Was? Ist alles weg? Ähm Was? Alter Ähm Also brauchen wir das mal schnell durch Das würde ich gerne noch nicht fattig kriegen Also darauf habe ich Lust Power for Fist Äh, ich bin nicht sogar hier Ich muss schon mal hier das hin machen Dumm 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 So So Es kommt wie weit wir jetzt mit dem Part sind Achso in diesem ähm Table gibt es hier leider nichts Den hier Äh, das Halt nehmen wir mal Das kommt hier hin Da kommt das hin Zwei Silikon Und ich brauchte nur nur Strom Da fiel mir ja 8 davon da Und sogar eine Pickaxe mit Und wenn es sich das noch nicht Angeschossen habe Was sind Dragen jetzt falsch? Was sind Dragen jetzt falsch? Was sind Dragen falsch hier? Was sind Dragen falsch hier? Der Strom müsste doch bekommen Eee, das schneide ich nicht raus Hm Was ist auch Spaß? Hm 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 Mohammed getting Well na den strom bomben ok das erklärt natürlich einiges er zieht zwar gerade mit mit denen hier übelste der zieht gerade umsonst aber gut ist fertig da ist fertig draußen durchdrehen gut da würde ich sagen haben wir das schon mal fertig und nächsten part wenn wir das wohl ausstellen können bin ich mal gespannt wie es aussieht denn wir haben ja kein touchback hier drin nichts nahe an jentl dann wird es dann bis zum nächsten mal sagt er ins wort da oben da oben und schritten die konta und wie euch das gefällt aber natürlich nicht vergessen geht natürlich bei künstler play und den ganzen anschwacken vorbei und zwingend gaming und so bis zum nächsten mal und den ganzen anschwacken vorbei und zwingend gaming und so bis zum nächsten mal tschau tschau